Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim in Hübsch und ich weiß nicht, was ich jetzt eigentlich machen wollte. Karte. Ich muss nach Riften. Oh mein Gott. Das wird eine lange Reise. Also bei der Misch... Nein. Bei der Misch-Wassermühle war ich schon da, war ich auch schon. Dann kann ich eigentlich da hinlaufen, aber vorher würde ich sagen, wo kann ich denn verkaufen? Ich kann nur in Einsamkeit bis jetzt verkaufen, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Ich wollte mal mit meinem Inventar etwas leeren, damit das Ganze nicht allzu voll ist. Und dazu springe ich mal eben kurz dahin. Und... Genau, ich kann mir noch ein bisschen was schmieden. Das werde ich auch gleich noch machen. Und dann... laufen wir... Hallo, ich bin Gisli. Aber ihr könnt mich einfach Erikos Schwester nennen. Alle machen das. Oh nein. Nein, gar nicht wahr. Will ich nicht. Ich möchte warten. Äh... Fünf Stunden reichen. Ich möchte nämlich nur verkaufen. Ich möchte nicht einbrechen oder irgendwie sowas. Ich bin ganz friedlich. Ich nehme mir nur das, was mir mal nicht als Stählen angezeigt. Das ist eigentlich schon moralisch nicht so gut. Lass es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. So, einmal was trinken. Und... Bayrand sagte, ihr wäret kurz vor der... Werft einen Blick drauf. Ja. So, ich möchte verkaufen. Abels Tagu. Die ist der Tugend. Äh... Nein, stimmt. Das habe ich noch nicht gemacht. Apple Pie. Brand. Brandy. Gut. Ich verkaufe alles. Daraus. Dann rollende Hysterie. Ähm... Brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Aber zum Beispiel hier... Die haben alle nur fünf... Äh... Trank des Waffenschmieds. Okay. Cool. Die kann weg. Die goldenen Halsketten können weg. Die braucht nicht. Er braucht schon eine Silberne, eine Smaragd-Halskette. Wohl, warte mal. Das kann auch weg. Was haben wir hier? Nichts mehr. Hast du vielleicht einen Seelenstein? Nein. Achso, ich... Verkaufen mal drei. Ja. Weg damit. So. Drachenknochen. Egal. Weg damit. So. Und, äh... Ich habe nur winzige Seelensteine. Was hast du denn? Hast du vielleicht Seelensteine? Ah. Seelen. Seelenstein. Seelenstein. Winziger Seelenstein. Hm. Mächtiger Seelenstein. Kann ich mir nicht leisten. Wäre aber richtig cool. Haben wir denn einen... Gewöhnlichen... Gewöhnlicher Seele? Ja. Cool. Dann kann ich auch gleich verzaubern. Das mache ich dann direkt danach. Aber erstmal werden hier Drachenschuppen und Granatsteine. Vielleicht brauch ich die für irgendwas nochmal. Wer weiß. Verkauft. Dann haben wir noch hier. Das kann weg. Wer braucht schon Seelensteinfragmente? Ich weiß es nicht, wofür man die braucht. So. Granatstein. Nein, 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 nein. Okay. So. Ihr seid im Karmelscharm jederzeit willkommen. Super. Dann geht es einmal ab nach... Karte. Ich mache jetzt einmal kurz die Rundtour nach Weislauf. Und gehe da mal ein bisschen schmieden. Und ein bisschen Gold brennen. Dann kann ich noch ein bisschen was an Geld weg loswerden. Und dann werde ich nach oben zur... Ähm... Links gehen. Zu... Fahrengar ist das, glaube ich. Oder? Hier ist der Fahrengar? Ich weiß es gar nicht mal so richtig. Äh... Inkompetent. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall... Ähm... Möchte ich hier mal... Genau. Die Schmelzüttel benutzen. Und... Mir... Goldbarren machen. Zack. 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 Das ist irgendwie doof. Eisen... Eisenbarren? Ja, komm, machen wir uns den Rest Eisenbarren. Wir haben es ja. Komm, Gegenstand herstellen. Gegenstand herstellen. Oh mein Gott. Ist das viel. Na. Juhu. Wie schön. Was? Sie verbrauchen immer nur einen. Ach, ich kann auch keinen Stahlbarren herstellen. Fällt mir gerade auf. Wieso kann ich keinen Stahlbarren herstellen? Das ist jetzt eine gute Frage, denn... So. Denn... Oh! Plus Eisenärz. Aha. Uh. Zwergischer Metallbachen. Okay. Hier gibt es scheinbar noch viel, viel mehr schönes, schickes... Was man gebrauchen kann. So. Schmiede benutzen. Ähm. Eisen. Ähm. Ja. Machen wir mal so ein paar behinderte Rüstungen. Und so ein behindertes Eisenschild. Und dann... Das Pelz können wir nichts machen. Wir brauchen Leder. Das ist natürlich doof. So. Dann können wir so ein paar... Einen goldenen Ring können wir machen. Und dann... Ein paar... Goldene... Halsketten. So. Sonstiges. Gussisern. Okay. Das wär's. So. Und... Äh. Dann lassen wir mal Tag werden. Das ist PM. Das bedeutet, wir brauchen... Ja. Gut 10 Stunden. Bis wieder Tag ist. Ich hoffe, ich schaff das noch heute in der Folge. Das wäre ziemlich doof, wenn ich das nicht schaffen würde. Hä? Das ist genau noch eine Stunde. Nein. Noch eine Stunde. 9 Uhr. Ich sage nicht, dass ich der beste... Hm. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Gerne. Ich bräuchte... Zwei behinderte Eisen, ein behindertes Eisenschild weg. Dann brauche ich... Äh. Hallo? Was habe ich denn noch gebaut? Bin ich doof? Ei, ich kann das nicht verkaufen. Shit. Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Gut. Leder kann ich nicht machen. Waterskin kann ich auch nicht machen. Schade. Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Ich helfe meinem Vater auf... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich möchte ein bisschen Leder haben. Wenn du mir das geben kannst. Wie viel Leder hast du? 15. Ja. Gib mir ruhig mal so 6. So, zack. Dann gehe ich. Hör auf, die Schmiede zu benutzen. Ich möchte die benutzen. So, beschlagen. Lederstreifen. Jetzt will die auch noch Lederstreifen haben. Also wirklich. Das geht mir langsam etwas zu weit. Sonstiges. Zweimal Lederstreifen, bitte. So. Und jetzt... Kann ich doch beschlagene Rüstung machen. Ja. Perfekt. Es fehlt mir wieder Leder. Komm her. Ich kaufe dir alles an Leder ab. Die besten Waffen und Rüstungen. Ich weiß. Aber ich brauche trotzdem Leder. Da. Neun Leder. Ja. Gib mir dann Leder. Dann gehe ich mal. So. Beschlagen. Jetzt brauche ich wieder Lederstreifen. Na. Komm. Sonstiges. Machen wir ein paar Lederstreifen. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon wieder zu wenig Leder. Wuhu. Ja. Ich brauche drei Leder. Dann. Machen wir das so. Machen wir so ein paar Sachen. Bevor das wahrscheinlich nicht sehr viel bringt. Egal. Ich möchte aufsteigen. So. Schön. Haben wir da schon wieder ein paar Lederstreifen gemacht. Ich habe hier einige gute Sachen. Die besten Waffen und Rüstungen. Schön für dich. Lass mich verkaufen. Und zwar... Hier. Meine Eisenrüstung. Meine beschlagenen Rüstungen. Und meine Stahldeutsche. Zack. Oh. Es hat nicht sehr viel gebracht. Okay. Vergesst nicht aufs Rennen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Nein, die werde ich bestimmt nicht. Was habe ich gemacht? Wieso habe ich das Gesetz missachtet? Ach so. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet nicht. Gut. Die Elfen euch die Häuser wegnehmen. Die Geschäfte. Eure Kinder. Ja. Sogar euer Leben. Schumme mal Talos Segen ab. Nein. Weniger. Fall nicht runter, ja. Ab zu Drachenfeste. Und rein mit euch und dann einmal kurz gucken, was es da so gibt. Denn ich möchte ja schließlich auch was haben, ne? So, das mag jetzt ziemlich uneffektiv aussehen. Verfolgt aber einen tieferen Sinn. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Nein. Ich würde gerne einen Gegenstand verzaubern und zwar ein Schwert der Klinge oder einen goldenen Ring verzaubern. Neffektivisten, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren. Kommt, nehmen wir so 59. Oder warte mal, kann ich, kann ich vielleicht, äh, zurück? Ja. Ah, Mist, jetzt bin ich ganz weggegangen. Das wollte ich gar nicht. Hm. Meine Rüstung. Ach, meine Lederarmschiene. Immerhin meine Lederarmschiene. Ja, kann ich nur mit Magiker verstärken. Kann ich denn was entzaubern? Ausdauer. Hm, lohnt sich das? Nein. Gut, dann doch mein Schwert. Fünfzig. Ja, und, ähm, nehme den gewöhnlichen Seelenstein. So, ähm, herstellen. Ist es nicht faszinierend, wie bestimmte Materialien schwächer oder stärker auf die Kraft des Blitzes reagieren? Ja, bestimmt. Kannst du mir... Hm, hm. Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Ja, und zwar würde ich gerne meine goldenen Kätzchen loswerden. Oh. Zack, zack, zack. Ich bin über einer Granatring weg mit dir. Ähm, kann ich meine Robe noch verkaufen bei dir? Nein, aber... Ah, ich habe mein Zauberbuch noch irgendwann nicht aktiviert. Hm. Nein. Gut. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfester besuchen. Ich bin aber kein Magier. Das ist mein Problem. Tut mir leid. Gut. So. Komm schon. Beeil dich mal ein bisschen mit dem Aufladen. So. Und jetzt würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja. Vielen Dank.